Ich bin geboren vor 24 Jahren und schon gleich von Geburt an diese Sehbehinderung. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, wann wurde dir das mitgeteilt oder wie lief das, dass du gemerkt hast, bei mir ist irgendwas anders als bei anderen Kindern? Ja, also man wächst damit ja einfach auf. Ich glaube am Anfang ist das für die Eltern am schwierigsten. Als Kleinkind ist einem das reichlich wurscht. Ich hatte glaube ich mit zwei Jahren die erste Brille auf der Nase oder wahrscheinlich schon ein bisschen früher. Man wächst da einfach so rein. Irgendwann habe ich durch die Brille nicht mehr gucken können, weil ich die Augen zu sehr verdrehen musste, da mein Blickfeld so sehr eingeschränkt ist. Hast du dir ganz zu Beginn was sehen können? Ich habe noch ein bisschen was sehen können. Man weiß nicht genau wie viel, weil so ein zweijähriges das nicht wirklich ausdrücken kann. Aber auf meinen Taufbildern schaue ich noch ganz gerade aus ins Taufbecken rein. Das sieht man einfach an der Augenstellung, dass das Gesichtfeld definitiv noch nicht so eingeschränkt gewesen sein kann. Aber ich habe nie 100 Prozent gesehen. Also es spielt sich so im Bereich von 10, 15 Prozent, vielleicht 20 ab, aber mehr nicht. Es muss Richtung Grundschule dann relativ rapide nochmal bergab gegangen sein. Ich habe dann lange Zeit so um die 5 Prozent gesehen. Was kann man sich darunter vorstellen? Nicht besonders viel. Ich habe Schreiben und Lesen gelernt, indem ich quasi mit dem Gesicht auf dem Blatt lag und mit dem linken Auge versucht habe, die Buchstaben zu erkennen. Hattest du jemandem, der dir geholfen hat? Ich war in Unterschleißheim im Sehbehindertenzentrum, schon vorher die Frühförderung, dann dort im Kindergarten. Also in der Frühförderung ist jemand zu uns nach Hause gekommen, hat mit mir so Hand-Augen-Koordinations-Geschichten gemacht, die man als sehbehindertes Kind einfach schlecht lernt und habe meine Eltern vor allem unterstützt. War dann dort in Unterschleißheim im Kindergarten oder in der schulvorbereitenden Einrichtung, wie es so schön heißt, und dann in der Grundschule. Du hast gerade gesagt, du hast deine Eltern unterstützt. Nein, meine Eltern wurden unterstützt. Genau, meine Eltern wurden entsprechend von der Frühförderung unterstützt und habe dann die Grundschule dort gemacht und bin dann erst auf ein Regelgymnasium gewechselt. Das heißt, ich habe in der Grundschule sehr viel an Techniken erlernt. Ich habe dann in der Grundschule auch Punktschrift lesen und schreiben gelernt, habe den Umgang mit dem Laptop, mit Sprachausgabesystemen gelernt, um dann in die Regelschule gehen zu können. Wie gut kamst du damals im normalen Alltag zurecht? Sprich, wie hast du dich bewegt? Welche Hilfen hattest du da? Als Kind sehr, sehr frei habe ich mich bewegt. Bin genauso wie alle anderen über den Spielplatz gerannt, habe mir halt immer mal wieder irgendwo böse was angehauen, hatte aufgeplatzte Lippen, weil ich gegen irgendwelche Pfosten geknallt bin oder so. Aber das lief so nebenher. Meine Güte, ist halt passiert. Als Kind denkt man nicht so viel darüber nach. Schwieriger wird es dann in der Pubertät, weil man durchaus deutlich mitkriegt, dass man anders ist als die anderen, wo man auch schnell abgehängt wird von den anderen, wo man seinen Freunden auf einmal auf die Nerven geht, weil sie einen mitnehmen müssen. Das machen Kinder ja nicht. Achtjährige Kinder, die spielen halt miteinander, denen ist das wurscht, deren Radios ist eh noch nicht so groß. Wenn man mit 16 irgendwie zum Feiern geht und dann, ja, erstes Mal versucht man irgendwo in einen Club reinzukommen und da will man nicht noch die blinde Freundin mitschleppen. So, da wurde das am schwierigsten. Hattest du auch immer einen Freundeskreis von sehbehinderten Freunden und war das ein gemischter Freundeskreis? Ne, mein Freundeskreis, also außer in der Grundschule, da hatte ich natürlich sehbehinderte Freunde. Außerhalb immer eigentlich überwiegend nur sehende Freunde. Auch heute noch fast nur sehende Freunde. Ganz einfach, man kann mit sehenden Freunden mehr machen. Und ich bin an sich ja doch sehr fit, mache sehr viel. Ein Freundeskreis von Blinden geht nicht gemeinsam zum Schlittschuhlaufen. Wenn einer Blinde in einem Freundeskreis von Sehenden ist, dann wird man halt mitgezerrt und dann geht man auch zum Schlittschuhlaufen. Also ganz praktisch eigentlich und ich bin immer mit Sehenden besser klargekommen. Und wie sehr hat das geschmerzt, wenn du dann mal nicht mitgenommen wurdest und wenn du dann realisiert hast, ich bin doch ein bisschen anders als die anderen? Ja, ich sag mal wirklich, also so im Alter von 14 bis 18 war das am schwierigsten. Danach hat sich das ganz gut wieder, hat man sich wieder zusammengerauft. Da reflektiert man vielleicht auch ein bisschen mehr mit seinen Freunden und kann besser darüber sprechen. Das war schon einfach sehr unangenehm meistens. Und man hat sich schon oft, ja nicht als Außenseiter, aber als, ja, ein bisschen abgehängt, ja, kommt man sich da oft vor. Und wie bist du dann selbst damit umgegangen? Hast dich dann zurückgezogen oder hat dir jemand irgendwie geholfen dabei? Konntest du mit jemandem darüber sprechen? So eine Mischung aus beiden. Klar, ich habe mit meinen Eltern viel darüber gesprochen, beziehungsweise mussten die viel aushalten, wenn so ein Puppertier daheim dann auch noch nicht mit seinen Freunden mit darf. Andererseits, ja, man wurstelt sich da irgendwie so ein bisschen durch. Ich habe mich viel auf die Schule konzentriert. Ich habe halt dann viel gelernt, war damit teilweise noch uncooler, aber das hat mir wenigstens Spaß gemacht. Und da konnte ich was, da war ich auch schnell besser als andere und konnte damit ausgleichen, was mir sonst gefehlt hat. Ich war dann in der zehnten Klasse ein Jahr in den USA. Das heißt, ich hatte einen Break, habe ein Auslandsjahr gemacht, war damit ein Jahr weg von meiner Klasse hier und bin dann in die Oberstufe wieder eingestiegen in der elften Klasse. Das war wahrscheinlich auch ganz gut, dass man da einfach ein bisschen andere Leute um sich hat. Was hast du am meisten vermisst durch deine Behinderung? Oder was vermisst du heute noch am meisten? Also vor allem im Sozialen vermisse ich Mimik und Gestik von anderen wirklich mitzukriegen. Es ist einfach, unsere Kommunikation geht zu einem Großteil über sehen und das, was gesagt wird und das, wie es stimmlich gesagt wird, macht leider nur einen sehr kleinen Prozentsatz aus. Das ist einmal eine Sache, die sehr schön wäre. Und ansonsten Fahrradfahren, sich alleine irgendwo hinbewegen können, weil ich wohne in München, ich bin extrem flexibel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber es dauert alles unendlich lange. Und wenn ich immer mitkriege, meine Mitbewohnerin und meine Schwester, die sich einfach schnell aufs Rad schwingen und irgendwo hinfahren, das wäre schon ganz nett. Das sind so ein bisschen praktische Dinge. Weißt du, wie du aussiehst? Nicht wirklich, nein. Also ich habe eine Idee von meiner Haarfarbe. Ich habe natürlich, weiß ich, wie sich mein Körper anfühlt, wie sich mein Gesicht anfühlt. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie meine Augen aussehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie mein Gesicht aussieht. Also ich konnte im Spiegel natürlich eine Zeit lang sehen, dass ich da bin und vielleicht auch so ein bisschen was von meiner Figur erkennen oder so. Wobei man sagen muss, dass ich dadurch, dass ich nur am Rand sehen kann vom Gesichtsfeld, weiß ich, dass dort die Bilder auch verzerrt sind. Also man hat da keinen, also die Proportionen werden verzerrt, wie wenn man durch so einen Zerspiegel guckt. Und das ist aber meine normale Sicht. Das heißt, ich habe das nie richtig sehen können. Wie stellst du dir andere Menschen vor, wie sie aussehen? Teils, teils. Also ich habe natürlich eine Idee, wie meine Familie so aussieht. Bei guten Freunden auch. Aber es ist jetzt nicht als erstes, dass ich sage, wie sieht denn jemand aus? Also ich habe jetzt von dir auch keine große Vorstellung, wie du aussiehst. Aber es ist ja auch recht irrelevant im Moment. Und wie definierst du dann eher eine andere Person? Also bei mir geht ja viel in der Tat über das Sehen. Das entfällt bei dir. Heißt das, die anderen Sinnesorgane sind entsprechend ausgeprägter? Also du nimmst mehr Wert auf Stimme beispielsweise? Es ist genauso oberflächlich. Natürlich, ich lege mehr Wert auf Stimme. Ich lege Wert darauf, wie jemand Hände schüttelt und was das für Hände sind. Das ist oft sehr aussagekräftig und genauso oberflächlich, wie jemand aussieht. Und natürlich, wenn man jetzt sagt, man lernt jemanden kennen, dann fragt man auch mal die Freundinnen, wie schaut denn der aus? Also das ist jetzt nicht unrelevant natürlich. Ansonsten, ja, klar, über das, was man sonst mitkriegt, auch viel die Art, wie jemand redet. Dialekte. Das ist genauso furchtbar, wie zu sagen, oh, der hat jetzt aber einen blöden Haarschnitt. Wenn man sagt, oh, der hat jetzt aber einen unangenehmen Dialekt. Ja, mei. Wie häufig hast du schon mit deinem Schicksal gehadert und tust es heute noch? Ach Gott, alle zwei Tage mindestens. Klar, immer wieder. Bei jedem Laternenposten, an dem man dagegen knallt. Mal mehr, mal weniger. Das ist so, das ist immer da. Das schwingt immer mit. Das gehört zu mir. Und andererseits, ich sag mal so mit, ja, sind wir wieder in dem Alter 12, 13, da hat man sich da gerne mal ein bisschen reingesteigert. Was tut die Welt mir Böses? Macht aber, glaube ich, jedes 13-jährige Mädchen. Bei mir war es halt, ich hatte immer einen guten Grund vermeintlich, die Welt schlecht zu finden. Mittlerweile völlig tagesabhängig. Natürlich, wenn eh schon irgendwie alles schiefläuft an einem Tag und dann verheddert man sich auch noch in so einem blöden, abgestellten Fahrrad, das im besten Fall auch noch umfällt und man sich da auch noch irgendwie dran wehtut, ja, dann können einem schon auch mal die Tränen kommen und man hat keinen Bock mehr jetzt irgendwie noch weiter zu gehen, sondern möchte sich am liebsten im Bett verkriechen. Aber so schlimm ist das vielleicht einmal im Monat. Und ansonsten ärgert man sich kurz und macht weiter. Was sind für dich die größten Hindernisse im Alltag? Ja, tatsächlich, also ich bewege mich sehr frei in München. Viel sind so Sachen wie Schilder vor Restaurants, die jedes Mal woanders stehen, die einen einfach Zeit kosten, weil man dagegen läuft, weil man sich auch in dem Moment natürlich irgendwie blöd vorkommt, dass man jetzt dagegen gelaufen ist, obwohl ich mal wieder viel zu schnell gelaufen bin wahrscheinlich und es deutlich hätte vermeiden können, aber gut. Ja, sonst sind es oft so soziale Geschichten, eben, dass man in der Gruppe nicht alles mitbekommt von der Kommunikation. Wenn wir jetzt hier zu zweit sprechen, das ist relativ einfach, dann kriege ich auch recht viel mit, wenn du mal mit den Armen gestikulierst oder dich bewegst oder wegguckst oder so, sobald da mehr als zwei Leute sind, wird das extrem schwierig und dann kriegt man auch schnell Dinge nicht mit. Du bekommst das mit, wenn ich jetzt zum Beispiel gestikuliere mit der Hand? Ein bisschen, also ich merke natürlich nicht, was du tust, aber so ein bisschen kriegt man schon eine Idee. Oder gerade hast du einmal kurz weggeguckt oder so, das hört man natürlich, während du redest. Das hörst du, wenn ich weggucke? Na, wenn ich jetzt weggucke, dann klingt meine Stimme auch anders. Achso, okay, ja, ist mir nicht bewusst. Ja, genau, also das sind so Sachen und das erfordert aber natürlich sehr viel Konzentration, so etwas mitzubekommen. Generell brauche ich für alle Dinge, die ich tue, ein bisschen mehr Konzentration. Wenn ich versuche, die Spülmaschine einzuräumen, dann, ja, es fällt halt leichter zu sehen, wo man den Teller reintun kann und man möchte vielleicht nicht noch in die Essensreste von gestern Abend reinlangen. Ich lange jedes Mal rein und suche mir irgendwie meinen Weg, wo noch was frei ist und ärgere mich, dass ich wieder mal die Ärmel nicht hochgekrempelt habe und jetzt auch noch was Neues anziehen muss. Das sind so ganz praktische Dinge, die es einfach den Alltag so ein bisschen verkomplizieren. Das heißt, ich schlafe einfach ein bisschen mehr als alle anderen. Aber wie kann das sein, dass du dich so frei hier in deiner Wohnung bewegst? Bist du draußen mit einem Stock unterwegs? Ja, genau. Also draußen bewege ich mich mit Stock, in geschlossenen Räumen eigentlich gar nicht. Also auch in Hotels, wenn wir jetzt unterwegs sind, bei Wettkämpfen, bei Lehrgängen, lasse ich mich am Anfang viel natürlich rumführen. Das ist auch viel Arbeit mit meinem Guide, von Martin. Der holt mich ab zum Essen, der hilft mir beim Buffet, weil am Buffet werde ich nie alleine klarkommen. Außer alle anderen wollen, dass ich alles anfasse. Und ja, nach ein paar Tagen meistens, wenn es nicht zu kompliziert ist, finde ich auch relativ schnell alleine zumindest ins Foyer runter. Oder weiß, wo die anderen ihre Zimmer haben und kann mal zu meinen Mannschaftskollegen rübergehen oder so. Dann zähle ich halt Türen. Das sind alles Sachen, die brauchen zwei, drei Tage und dann funktioniert das auch. Das ist einmal ein gutes räumliches Denkvermögen, wo ich sehr Glück habe, dass ich mich einfach sehr gut orientieren kann, Distanzen gut einschätzen kann und ja, extrem viel Konzentration wieder. Wie zum Beispiel hier jetzt mit den Kameras in einem Raum, wo ich normalerweise ganz frei mich bewege. Jetzt muss ich halt ein bisschen vorsichtiger sein, weil ich glaube, die Kameras sollte man wahrscheinlich nicht zwingend auf den Fliesenboden schmeißen. Also macht man gleich langsamere Bewegungen. Trotzdem ist es erstaunlich für mich jedenfalls, wie sicher du dich hier bewegst. Das ist echt irre. Trotzdem bist du immer wieder abhängig von anderen Menschen. Wie schlimm ist das? Schlimm. Als schlimm würde ich es nicht bezeichnen, weil ich habe unglaubliches Glück, dass ich mich überhaupt so frei bewegen kann. Ich habe unglaubliches Glück, als blindes Mädel in Deutschland geboren zu sein, wo niemand was dafür kann. Aber ich sage mal, mit so einer Behinderung sollte man durchaus in einem Land leben, wo ein bisschen Strukturen da sind, auch diesbezüglich, wo die Aufmerksamkeit der Leute ein bisschen geschult ist und man auch weiß, dass ich eigenständig durchaus leben kann und in dem unterstützt werde. Wenn ich jetzt unterwegs bin, ich sage mal so, wenn wir mit der Mannschaft unterwegs sind, dann ist es eigentlich recht easy, weil da hat jeder von den Athleten irgendwie eine Behinderung. Die Guides als Athleten wissen, mit diesen Behinderungen umzugehen und unsere Trainer wissen im besten Fall auch, mit den Behinderungen umzugehen. Das heißt, jeder ist darauf eingestellt und es ist klar, dass jeder irgendwo Hilfe braucht. Da ist es relativ easy. Man freut sich dann aber auch, wenn man wieder nach Hause kommt in eine gewohnte Umgebung und einfach mal alleine zehn Minuten spazieren gehen kann, weil man sich auskennt. Das ist jetzt nichts, was ich sage, das schränkt einen natürlich irgendwo ein. Belasten tut es mal mehr, mal weniger wie überall. Im größten Fall bin ich sehr, sehr dankbar für jede Assistenz, die ich erfahre. Und natürlich denkt man sich oft, okay, wenn ich es jetzt allein machen könnte, dann könnte ich es a, so machen, wie ich das möchte und b, ja, vielleicht auch manchmal ein bisschen schneller oder einfacher oder so. Man muss sich sehr viel arrangieren. Fühlt sie dich trotzdem als frei? Trotz aller Abhängigkeit und Begrenztheit? Ziemlich meistens, weil ich zum Glück meine Assistenz selber bestimme. Und das ist etwas, das ich in den letzten Jahren auch erst gelernt habe. Ich sage, wann ich Hilfe brauche und wann ich keine brauche. Und ich muss bestimmt oft einstecken und sagen, okay, jetzt brauche ich Hilfe, auch wenn ich es nicht möchte. Aber ich habe die Wahl, weil ich könnte auch sagen, ich bleibe zu Hause, ich lasse mir mein Essen nach Hause liefern und gut ist und ich verlasse das Haus eigentlich nicht. Ginge auch, möchte ich aber nicht. Du hast gesagt, du bist getauft, evangelisch, aber hast sonst irgendwie mit Gott und Kirche gar nicht viel am Hut. Hast du nie mal gehadert und gedacht, so eine Scheiße, irgendwie hätte dieser Gott, wenn es ihn doch gibt, doch ein bisschen anders einrichten können bei mir? Ich weiß nicht, ob man dafür Gott verantwortlich machen kann. Ich weiß, dass meine Eltern nicht dafür verantwortlich sind. Ich weiß, dass sonst keine Faktoren dafür verantwortlich sind. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich nicht in irgendeinem vorigen Leben irgendeinen Schmarrn gemacht habe und deswegen erblinde. Sondern es ist einfach eine genetische Mutation, die nennen wir es Zufall, nennen wir es Schicksal. Keine Ahnung, was es ist. Es ist schlichtweg passiert. Und natürlich stellt man sich immer mal wieder die Frage, warum ich, habe ich schon lange nicht mehr mir gestellt, diese Frage, weil man kriegt keine Antwort drauf. Und ich mag die Idee nicht besonders zu sagen, ja, Gott hat mir das auferlegt, um eine Prüfung zu machen oder Gott hat gedacht, dass ich das bestimmt schaffe. Keine Ahnung, dann muss ich sagen, danke dafür. Hätte man auch lassen können. Ich bin da nicht so, ja, ich glaube nicht, dass da irgendwelche Übergeordnetenmächte irgendwas mit zu tun haben. Und das ist für mich eine Sichtweise, die sehr gut funktioniert. Ich halte mich fern von jedem, der der Meinung ist, er könne mich heilen, weil außer Mediziner finden da irgendeine Möglichkeit, glaube ich da schlichtweg nicht dran. Es passiert mir so häufig, dass Leute mich ansprechen und fragen, ob sie für mich beten dürfen. Gerne. Schaden kann es ja nicht. Welche Menschen kommen da auf dich zu, die dir womöglich sagen, ich hätte da vielleicht eine Möglichkeit, dich zu heilen? Ja, also das ist überwiegend so ein bisschen irgendwelche Heilpraktiker, die der Meinung sind, dass man da durch Pendeln, durch aufgelegte Steine oder dergleichen etwas bewirken kann. Nachdem sie mir nie jemanden zeigen können, bei dem es gewirkt hat, bin ich da etwas skeptisch. Oft sind es einfach Leute auf der Straße, die sagen, hey, ich würde gerne für dich beten. Das finde ich ist eine Anteilnahme, ob man das jetzt beten nimmt oder nicht, beten nennt oder nicht, kann mir ja erstmal egal sein. Aber der Mensch hat das Gefühl, dass er für mich etwas, ja, dass er kurz daran teilhat, dass ich nichts sehen kann. Und das finde ich eigentlich eine ganz, ganz schöne Sache. Dringend tut es jetzt vielleicht auch nicht wirklich was. Aber Schaden tut es auch nicht. Schaden tut es auch nicht. Und wenn es demjenigen damit besser geht, habe ich auch schon wieder was getan. Okay, okay. Also oft ist es... Aber wollte derjenigen, dass es dir besser geht? Das klingt natürlich blöd, ja, aber da sind wir ganz schnell bei dem Thema Mitleid. Ich kann auf Mitleid sehr gut verzichten, weil Mitleid für mich oft etwas von, oder sehr häufig leider etwas davon hat, dass die Leute sich über mich stellen. Und mich bemitleiden dafür, wie schlecht es mir geht. Wenn ich sage, das habe ich schlichtweg nicht nötig. Und da kommt in mir eher Mitleid für denjenigen auf, dass der sein Leben scheinbar nicht auf die Kette kriegt. Ist jetzt ein bisschen drastisch gesagt, keine Frage. Aber das ist oft so, oh, das arme, blinde Mädchen und Dutsi-Dutsi, habe ich nicht nötig. Brauche ich nicht. Und da verfalle ich auch sehr schnell in so eine Anti-Haltung. So lasst mich bitte einfach in Frieden, ich lasse euch auch in Frieden und dann ist gut. Also sprich, du hast es auch lieber, wenn man dich ganz normal, auch durchaus tough irgendwie so wahrnimmt und annimmt. Naja, man kriegt im Zweifel von mir einfach einen blöden Spruch zurück. Also ich konter dann sehr schnell mit Sarkasmus, was die Leute dann oft nicht verstehen und nicht verstehen wollen. Beziehungsweise wenn jemand, ich tue mir schwer, wenn jemand denkt, dass ich geistig ebenfalls eingeschränkt bin. Weil alles, was ich sage, wird in diese Schublade gesteckt und ich komme da nicht gegen an. Und da muss ich sagen, werde ich lieber so behandelt, wie auch meine Familie mich behandelt und mich im Zweifel auch mal irgendwo stehen lässt und vergisst, dass ich nichts sehe. Oft genug schon vorgekommen, aber dagegen kann ich was tun. Dagegen kann ich sagen, hallo, ich stehe noch hier, bitte mitnehmen. Ah ja, passt. Da komme ich viel eher mit und ich orientiere mich immer an den Sehenden, Gleichaltrigen und nicht an denen, die vielleicht noch weniger können, weil was bringt mir das? Wie viel Resthoffnung hast du noch, dass du irgendwann mal sehen kannst? Gibt es die noch? Irgendwo bin ich mir ziemlich sicher, dass das irgendwann funktioniert. Die Frage ist, wie? Ich vermute, dass es am ehesten mit irgendwelchen Kamerasystemen funktioniert, wo auch aktuell ja schon daran geforscht wird, Retinaimplantate, irgendwas in der Art. Was für eine Art von Sehendes ist, keine Ahnung. Ich weiß, dass ich es bitte erst möchte, wenn es wirklich funktioniert. Also ich habe wenig Interesse an mir rumdoktern zu lassen, wenn man sagt, ja, vielleicht können sie dann ein bisschen hell und dunkel, ja, danke, kann ich jetzt auch noch. Also wenn, dann möchte ich in der Lage sein, zumindest mimisch ein bisschen was erkennen zu können und wirklich in der Orientierung erhebliche Vorteile zu haben. Das wäre das Ziel. Wir haben von diversen Hindernissen gesprochen. Du bist häufig auch schon irgendwo angedockt und so weiter und irgendwelche Schilder stehen im Weg. Was würdest du dir wünschen, obwohl wir schon in einem Land leben, wo relativ viel geordnet ist, was sich noch für deine Situation, Alltagssituation verbessern könnte? Was könnte man noch mehr tun, rein gesellschaftspolitisch oder gesellschaftlich? Ich finde, dass sich da gerade extrem viel tut, gerade in den letzten fünf, zehn Jahren. Ganz praktische Dinge, dass die Deutsche Bahn durchaus ihre ganzen Bahnsteige nachrüstet mit Leitlinien. Das sind übrigens diese hellen, gerippelten Streifen auf dem Boden, zwischendurch mal mit so größeren Kästen. Das ist tatsächlich dafür da, dass man sich mit einem Blindenstock oder auch mit den Füßen besser orientieren kann. Da gehören keine Koffer drauf. Das ist was, was ich gebildsmühlenartig jedem sage, der es nicht hören möchte. Es ist sehr viel passiert im Punkt der Aufmerksamkeit der Leute. Wenn ich vor 15 Jahren an eine Baustelle gekommen ist, dann hat vielleicht einer, äh, Achtung, geschrien. Aber eh, Achtung, bringt mir nichts, weil da weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Mittlerweile kommt in den allermeisten Fällen jemand sehr schnell von seinen Maschinen, von seinem Gerüst runter und sagt, kann ich Ihnen gerade helfen? Möchten Sie sich einhängen? Ich führe Sie gerade außen rum. Das ist einfach eine Beobachtung, die ich mache. Das heißt, da tut sich extrem viel. Ganz wichtig finde ich den Punkt Respekt voreinander und miteinander zu sprechen, weil was gar nicht für mich geht, ist, dass ich einfach angelangt werde, auch wenn es die Leute gut meinen. Aber A, wissen die Leute nicht, wo ich hin will und B, erschrecke ich extrem, wenn ich einfach angefasst werde. Wie häufig passiert das? Na, vier, fünf Mal die Woche. Okay. Je nachdem, wo ich bin. Also gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Aber, genau. Und oft sehr übergriffig. Also in dem Moment erlebe ich das zumindest als sehr übergriffig, auch wenn es bestimmt nicht so gemeint ist. Viele sind ja verunsichert, weil sie nicht wissen, wie sie mit dir umgehen sollen. Man kann einfach die Leute ansprechen und sagen, Entschuldigung, ich habe Sie gerade gesehen, brauchen Sie Hilfe? Und wenn ja, wie kann ich Ihnen helfen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Leute haben oft das Gefühl, blinde Menschen anfassen zu müssen, damit sie mitkriegen, dass man da ist. Das passiert eigentlich nie. Und wenn jemand wirklich nicht mitkriegt, dass derjenige da ist, dann braucht er meistens auch keine Hilfe, weil wenn er Hilfe braucht, dann hört er sich schon um, ob jemand da ist. Also das sind so ganz einfache Verhaltensregeln, die es jedem erleichtern. Auch ein Kind sollte man nicht einfach anfassen, das irgendwo offensichtlich Hilfe braucht. Aber trotzdem ist anfassen sehr übergriffig. Und das sind so Sachen, ja, eben der Respekt voreinander, wo aber extrem viel passiert. Auf praktischer Ebene, ja, wenn es nach mir gehen könnten, wir alle Laternenpfosten vielleicht einfach in die Grünstreifen setzen oder beziehungsweise an die Wände ran. Die müssen nicht in der Mitte von der Straße stehen oder vom Bürgersteig. Und ganz aktuell, der Bürgersteig darf bitte ein Bürgersteig bleiben und ein Gehweg und nicht für Elektro-Kleinstfahrzeuge wie elektrisch motorisierte Roller, Segways oder dergleichen zur Verfügung gestellt werden. Weil das macht es einfach unnötig gefährlich für alle. Hast du schon mal extrem übergriffige Situationen erlebt? Ich meine, du bist eine junge, attraktive Frau, du bist sehbehindert. Ja, das kommt auch vor. Zum Glück kann ich mich sehr gut, glaube ich, deutlich machen, dass ich das nicht möchte. Es kommt sehr gerne vor, dass einem vermeintlich geholfen werden will. Und dann hat man, um die U-Bahn-Tür zu finden, auf einmal eine Hand um die Taille liegen, wo ich mich frage, wofür? Und das ist definitiv nichts in der Sache. Das heißt, klar, es ist einfacher. Wie reagierst du dann? Ellenbogen in die Rippen. Also da gibt es ganz einfach, oder sich einfach rauswinden. In den einfachsten Fällen oder in den meisten Fällen kann man sich einfach schon über die Körpersprache einfach ein bisschen wegdrehen. Und das funktioniert sehr gut. Oder einfach ein klares Hände weg. Kann ich jedem Mädel empfehlen. Wenn man einfach mal deutlich in die Menge rein sagt, Hände weg, dann erschrecken die meisten so, weil jeder andere kriegt es nämlich auch mit, dass die Hände gerade an einer Stelle waren, wo sie nicht hingehören. Und man braucht natürlich mit so einer Behinderung ein bisschen mehr Selbstvertrauen vielleicht. Oder das kommt von ganz alleine. Das muss man sich aber erarbeiten im Laufe der Jahre, so wie du es auch gemacht hast. Das muss man sich erarbeiten. Das ist bestimmt auch eine Typfrage. Mir haben meine Eltern zum Glück beigebracht, sehr selbstständig zu sein und auch solche Dinge, sich klar zu äußern, was man möchte und was man nicht möchte. Und mir ist zum Glück noch nie mehr passiert. Super. Super.